Es ist ein vermeintlicher Historikerstreit, es ist tatsächlich ein politischer Streit. Es ist in der Tat erstaunlich, dass eine im Ausgangspunkt ganz nüchtern zu beantwortende juristische Frage solche Wellen schlägt. Ja, also der Kronprinz ist politisch durch nichts zu verteidigen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich bin allerdings sehr skeptisch, wenn man von der Geschichtswissenschaft sozusagen konsensual ein Ja oder Nein zu einer bestimmten Sachfrage erwartet. Und man ist eigentlich dann weggekommen von dieser Schwarz-Weiß-Malerei. Und jetzt ist es ein kompletter Rückfall. Und auf einmal kommen jetzt merkwürdige Explosionen im Sumpf, wie möchte ich es mal nennen. Das sind Explosionen im Sumpf. Also es droht ja keine monarchische Restauration in der Bundesrepublik. Und ich kann immer nur sagen, ich habe auch den Studenten gerne Geschichte, ist Thomas Nippert da nie ein Schwarz-Weiß. Und dann ist ein, wie er das nennt, ein Grau in unendlichen Schattierungen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, dass wir dieses Grau in den unendlichen Schattierungen deutlich machen und dass wir es auch aushalten müssen. Und das ist ja auch, was Geschichtswissenschaft und Wissenschaft insgesamt leisten soll. Sich nicht verengen, vor allem nicht vorfestlegen, sondern den ganzen Deutungsrahmen ausschöpfen und gegeneinander abwägen. Also ich beneide auch nicht den Richter, der da womöglich drüber entscheiden muss. Das ist ja auch, was wir sehen.